Auf einem Hügel an der Trau über dem Lurenfeld befindet sich St. Peter in Holz. Dort liegt die antike Stadt Theurnia. Der Hügel war bereits im 11. vorchristlichen Jahrhundert besiedelt und bot einen optimalen Siedlungsplatz mit eigener Wasserversorgung. Als Noricum ins Römische Reich eingegliedert wurde, siedelten in Oberkärnten die Ambitravi, also diejenigen, die beiderseits der Trau wohnen. Theurnia wurde schon im ersten nachchristlichen Jahrhundert von den Römern ausgebaut und zum Munizipium. In den unruhigen Zeiten der Spätantike kam Theurnia seine Lage mitten in den Alpen zugute. So dürfte in Oberkärnten das zivile Leben lange halbwegs normal verlaufen sein. Es gab keine Notwendigkeit, Truppen in Theurnia zu stationieren. Am Beginn des 5. Jahrhunderts wurde die Stadt sogar zur Provinzhauptstadt von Binnen-Noricum. In dieser Zeit wurden Häuser abgerissen, um das Material für den Bau einer Ringmauer zu verwenden. Die Stadt wurde damit nicht nur befestigt, sondern auch verkleinert. Im Nordwesten vor der Stadt liegt eine bedeutende Memorialkirche. Sie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt und ist mit etwa 22 mal 9 Metern im Hauptschiff beachtlich groß. Gut erhalten sind die Absis mit Klerusbank, das Presbyterium mit Altartisch, der Nartex und zwei Seitenkapellen, wobei die südliche besondere Beachtung findet. Sie verfügt über ein Reliquiengrab und ist mit einem prächtigen Mosaikboden ausgestattet. Er besteht aus zwölf Feldern mit christlichen Symbolen. Oben links beginnt die Darstellung mit einem Adler, der oft mit Christus verglichen wird. Es folgt eine Hirschkuh als Zeichen der Mutterliebe und ein Reier oder Storch als Sieger über die Schlange, den Teufel. In der Reihe darunter befindet sich eine Anspielung auf den Taufpsalm, nachdem der Hirsch nach dem Quellwasser dürstet wie die Seele nach Gott. Der Kelch mit der Taube steht für die Eucharistie. Danach folgt das Feld mit der Stiftungsinschrift Ursus via Spectabilis, cum coniugesua ursina, provoto suscepto, fezer und heck. Darunter befindet sich ein Rind, das als Symbol für die Apostel gilt. In der Mitte steht ein Baum, was wohl das Gleichnis vom Senfkorn wiedergibt. Es ist zwar klein, aber der Senfbaum überratet alle anderen rasch und Vögel finden in seinen Ästen Platz. Die Enten im letzten Feld stehen für die Mutterkirche und ihre Gläubigen aus verschiedenen Völkern. In der Reihe darunter symbolisiert das Feld mit dem Schachbrettmuster den Kampf zwischen Gut und Böse, wobei Gott eingreift, wofür die rote Farbe steht. Der Storch in der Mitte steht für Jesus, der den alten Menschen in Form einer Eidechse aufhebt und so zum Licht bringt. Schließlich stehen die beiden Hasen für Heiden bzw. Sünder. Schon im 4. Jahrhundert gibt es erste Nachrichten von Klerikern aus Norikum. 343 nahmen norische Bischöfe am Konzil von Serdi-Karteil. Bereits Ende des 4. Jahrhunderts steigt die Bedeutung des nunmehrigen Tiburnia als Bischofssitz. Übrigens gibt es noch heute Tiburnia als Titularerzbistum der katholischen Kirche. Mit 430 wird eine entschiffige Bischofskirche datiert. Im 6. Jahrhundert wurde die Kathedrale nach einem Brand in eine dreischiffige Kirche mit vorgelagertem Nartex umgebaut. Damit haben wir in Tiburnia einen letzten Rest römisch-christlicher Zivilisation. Immerhin gehörte Binnen-Norikum zum ostgotischen Reich, bis Mitte des 6. Jahrhunderts die Franken auch das Alpengebiet unter ihre Kontrolle bringen wollten. Die Binnen-Norischen Bischöfe unterstanden den Patriarchen von Aquileia. Bei einer Synode in Grado zwischen 572 und 577 werden noch drei norische Bischöfe erwähnt, darunter Leonianus von Tiburnia. 591 schrumpft die Zahl auf zwei, dann enden die Angaben. Bereits 595 sind im Bustatal Kämpfe der Bayoban gegen die Slaven überliefert. 610 fällt Aguntum als letzte römische Siedlung in Norikum. Für Tiburnia bedeutet die folgende Zeit ein völliges Auslassen der Funde. Erst die Conversio Bagoariorum et Carantanorum aus dem 9. Jahrhundert erwähnt wieder eine Civitas Liburnia. Das kirchliche Zentrum Oberkärntens lag damals allerdings in Molzbichl östlich von Spital. Die heutige Kirche St. Peter in Holz wird erst im 11. Jahrhundert urkundlich erwähnt und hat ihr Aussehen aus dem Spätmittelalter. Spital.